Leute, was geht und heute mache ich, ich bin da neu und ich mache heute mal auch Brawl Stars. Ich lasse mir heute Brawl Stars Videos runter und ja, wie ihr hier seht, ich habe schon mehrmals gespielt und ja, ich habe alle Brawler schon und wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, dann lasst einen Daumen da. Und abonniert mich bitte, dann kommen mehr solche Videos, ja, also, heute werden wir machen, indem wir Duo Showdown mit Leon heute spielen und ja, ich hoffe es wird klappen und dann, ja, auf das. Auf jeden Fall ein Bull dabei, da kommt eine rosa, rosa zwei. Und zwei, das war Glück, das war Glück, sonst wäre ich, glaube ich, fast gestorben. Ja. Alter. Das, das nervt mich übel, ist immer gesandwiched von überall. Ist richtig scheiße. Ja, das war's auch. Ich hoffe, der Bull überlebt es jetzt noch, aber ich denke nicht. Ja, und das war's heute. Wenn, ähm, also, ich bin im Clan, ich kann kurz euch zeigen, mein Clan heißt M, Ausrufezeichen, 6x, Bindestrich German und ihr könnt, wenn ihr noch reinkommen möchtet, könnt ihr ja noch reinkommen. Und, ja, ja, wir machen mal das Hellspiel mit Tara. Schreibt's in die Kommentare, welcher Brawler euch, welcher Lieblings-Brawler von euch ist. Das, äh, das würde mich echt, äh, interessieren. Und jetzt wären wir fast draufgegangen, aber, ja, ich hab's noch geschafft. Der Bo räumt auch irgendwie auf. Gegen deine Mike. Ja. Und das war's auch. Äh, ja, also, wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, ich weiß, es war jetzt nicht so lang, aber trotzdem, nächstes, beim nächsten Mal, denke ich mal, kommt ein Video, wo es länger dauert, mit einem Freund. Ähm, also, ihr wisst schon bis heute, Abo da lassen, neben Abo, die Glocke aktivieren und einen Daumen hoch geben. Also dann, bye, vielleicht bis morgen dann. Ciao.